hallo und herzlich willkommen zur exploitation demo wir gehen davon aus dass wir als penetration tester den auftrag haben ein system zu hacken wir haben lediglich eine virtuelle maschine erhalten und diese virtuelle maschine haben wir bereits gestartet und wir befinden uns auf einer anderen virtuellen maschine hier auf einer linux maschine von der wir aus diesen test durchführen wollen das erste was wir machen ist uns zu vergegenwärtigen wie wir unser zielsystem erreichen ich habe dazu die ip-adresse unter der das zielsystem erreichbar ist in eine umgebungsvariable mit dem namen dst geschrieben und hier handelt es sich eben um das system was unter der ip-adresse 172 16 19 9 erreichbar ist als allererstes machen wir nun ein port scan wir versuchen also herauszufinden ob in dieser virtuellen maschine oder auf dem server irgendwelche dienste angeboten werden das machen wir mit einem typischen tool einem typischen port scanner nämlich en map wir sagen en map dass er bitte relativ schnell arbeiten soll also mit einem hohen timing wir sagen dass die dienste sofern es offene ports gibt dass dort die entsprechenden dienste auch überprüft werden sollen das heißt ob dort auch entsprechende protokolle gesprochen werden die typischerweise mit diesen ports assoziiert werden und möglicherweise auch die server software entsprechend zu fingerprinten darüber hinaus sagen wir dass die typische port range also port 1 bis 65535 gescannt werden soll das minus v sagt uns dass hier der verbis mode aktiviert werden soll das heißt es sollen auch sollen mehr ausgaben auf der kommandozeile oder auf dem bildschirm hier erfolgen als normalerweise üblich wir sehen jetzt dass unser port scanner bereits drei offene tcp ports erkannt hat nämlich zum einen port 22 dann port 80 und port 6667 port 22 ist typischerweise mit einem dienst assoziiert der secure shell heißt port 80 ist typischerweise mit http assoziiert und port 6667 wird typischerweise mit irc einem chat protokoll in verbindung gebracht mittlerweile ist unser port gehen fertig und die erweiterten scan ergebnisse zeigen dass auch hier entsprechende dienste wie wir erwartet haben auf diesen ports angeboten werden also auf port 22 läuft ein ssh daemon mutmaßlich open ssh der version 661 patch level 1 wahrscheinlich auf einem ubuntu linux auf port 80 läuft ein http daemon hier scheinbar apache in der version 247 auch hier deuten server header darauf hin dass es sich um ein ubuntu linux als zielsystem handelt und auf port 6667 läuft wohl ein ng irc daemon also auch das passt irgendwie zu dem port der scanner hat darüber hinaus hier ein paar informationen nämlich den http title zu dem http oder zu den http inhalten gefunden die webseite die sich wohl hier hinter verbirgt hat also ein title tag mit dem wert advanced biotech wir können jetzt als nächstes mal versuchen auf diese webseite zuzugreifen per http und das machen wir mit dem browser das heißt wir gehen in unseren browser und öffnen die webseite die ja standardmäßig auf port 80 entsprechend angeboten wird als erstes sehen wir hier also advanced biotech im titel das spiegelt sich hier oben im tab fenster tab titel wieder und wir sehen so eine art front page die ausschließlich so ein bild von so einer laborumgebung beinhaltet und mit einem link hinterlegt ist auf diesen link klicke ich jetzt mal der führt uns also zu einer anderen url die auf demselben server sich befindet in einem unterverzeichnis jabc genau hier handelt es sich also um just another bioware company wir können uns mal so einen kleinen überblick verschaffen was denn hier auf dieser webseite angeboten wird erscheinbar nicht so wahnsinnig viel hier naja hier scheint es so eine art produkt zu geben oder produkt zu geben die man möglicherweise hier bestellen kann für relativ viel geld gucken uns mal ein bisschen weiter um hier haben wir eine webseite die augenscheinlich kein inhalt zu haben scheint können wir mal versuchen wenn man hier also ein bisschen versucht herum zu markieren wird auf einmal text sichtbar und der jetzt sichtbar gewordene text liest sich eben wie folgt for security reasons this section is hidden for a detailed view and documentation of our products please visit our documentation platform at slash jabc docs slash on the server just log in with guest guest also hier ist die information dass wenn man eben eine detaillierte eine detaillierte ansicht und dokumentation zu den produkten haben möchte dass man doch bitte diese diesen fad hier aufruft auf dem server dann machen wir das ganze doch mal das heißt wir ersetzen hier oben den relativen fad und rufen die entsprechende seite auf und siehe da wir scheinen mit einer mit einer art publikationssystem verbunden zu sein und die anweisung lautete ja dass man sich hier mit guest guest entsprechend einloggen soll an der stelle ist es ganz wichtig zu beachten dass man eben nach deutschem recht so ein passwortschutz nicht ohne weiteres umgehen darf oder überwinden darf sofern man nicht die einverständniserklärung aller beteiligten hat wir arbeiten hier im auftrag der advanced biotech also können wir hier getrost einen login versuch unternehmen das klappt auch wir sind jetzt hier im back end dieses publishing systems und hier sieht man bestimmte dateien irgendwelche bilder und pdf dateien die man also hier irgendwie maintain kann wir könnten uns jetzt hier selber auf die suche machen nach irgendwelchen schwachstellen aber kürzen das ganze mal ab denn hier in dem futter bereich erkennen wir dass es sich wohl um eine software mit dem namen open dog man version 1 2 7 handelt und an der stelle können wir versuchen öffentliche exploit datenbanken zu bemühen und dort einfach mal nach exploits zu suchen also eine solche solche datenbank ist die exploit db wo wir entsprechend über die suchfunktion jetzt mal versuchen etwas zu finden genau man sieht hier es ist für relativ viele versionen von open dog man sind die exploits verfügbar wir waren an der version oder wir haben diese version 1 2 7 auf unserem ziel system also werden wir einfach mal diesen exploit hier auswählen und hier sieht man ganz gut beschrieben um was für eine schwachstelle ist sich eben hier auch handelt also es gibt hier eine sequel injection schwachstelle in open dog man diese schwachstelle existiert deshalb weil es eine unzureichende validierung eines http get parameters gibt nämlich mit dem des parametres mit dem namen ad value und hier ist auch noch angegeben welche uri davon betroffen ist nämlich diese uri slash ajax underscore udf dot php fragezeichen q gleich 1 und ad value gleich odm user und so weiter und so fort das ist schon mal eine ganz hilfreiche information also dass wir hier an dieser schwachstelle in open dog man haben und hier wohl auch ein exploit wir probieren mal ob diese exploit url auf unserem ziel system entsprechend funktioniert ja das heißt wir ersetzen hier wieder ein teil der url mit dem request aus unserem exploit und dieser exploit das steht hier eben auch zeigt jetzt die version des mysql servers an das heißt also dieses content management system open dog man arbeitet wohl mit einem mysql server im hintergrund und hier soll die version ausgegeben werden genau das sehen wir jetzt hier oben auch also wir haben hier erkennbar die version 5 5 47 strich 0 ubuntu 0.14.04.1 also das hat wohl geklappt mit dieser information können wir jetzt mithilfe weiterer tools versuchen auf weitere inhalte entsprechend zuzugreifen dazu wechseln wir wieder in die shell und ein tool was sich hier als sehr hilfreich erwiesen hat ist das tool sql map sql map werden wir hier aufrufen mit dem parameter url in diesem url parameter haben wir eben genau diesen fad der noch den namen der des verwundbaren parameters enthält nämlich add value und wir instruieren sql map an der stelle mal uns alle datenbanken auszugeben die in dieser datenbank oder in diesem datenbank server in diesem mysql server enthalten sind sql map macht sich jetzt in die arbeit es testet selbstständig noch mal was für eine datenbank ist sich hier handelt also ob es sich um mysql handelt oder postgres ql oder oracle oder ähnliches und probiert eine ganze reihe an sql injection attempts aus jetzt sind wir hier mit der ersten frage konfrontiert und zwar geht es konkret darum ob man mit zufälligen ganzzahlwerten versuchen möchte hier weiter zu machen das werden wir bejahen genau an dieser stelle sagt sql map dass das datenbank management system wohl mysql ist und ob man denn hier die weiteren tests skippen möchte ist sich also relativ sicher dass auch das werden wir bejahen genau das akzeptieren wir hier auch entsprechend wir wissen in diesem moment dass der get parameter mit dem namen add value verwundbar ist das wussten wir eigentlich auch schon aus der exploit beschreibung die frage möchten wir mit weiteren parameter testen nein möchten wir an der stelle nicht und die für uns wichtige information ist jetzt hier in diesem unteren bereich das sind die sechs datenbanken die eben hier auf diesem server identifiziert wurden davon gibt es eine die ganz interessant sein scheint nämlich die datenbank japsi docs die passt wohl zu unserem open document content management system und im nächsten schritt können wir mal versuchen einfach alle tabellen aus der datenbank japsi docs uns anzeigen zu lassen das machen wir wieder mit dem tool sql map rufen ist hier ein bisschen anders aus wir sagen ihm er soll bitte die datenbank also minus groß d japsi docs verwenden und er soll uns mit minus minus tables einfach alle tabellen ausgeben die hier zu finden sind das geht jetzt ein bisschen schneller weil er auch die cation ergebnisse seines vorherigen laufs mitverwendet und hier werden insgesamt 15 tabellen identifiziert eine davon sieht ganz interessant aus das ist hier diese tabelle odm user oder open document user und wir versuchen jetzt mal folgendes wir versuchen mal diese tabelle zu dampen auch das machen wir wieder mit sql map der aufruf ist fast gleich minus groß d japsi docs benennt die datenbank minus groß t odm user benennt die tabelle und minus minus dump sagt mir bitte den inhalt aus genau jetzt hat sql map festgestellt dass es sich möglicherweise um password hashes handelt die hier in der spalte password gefunden wurden und fragt ob diese password hashes in eine temporäre datei gespeichert werden sollen falls man sie weiterverarbeiten möchte das können wir an der stelle mal bejahen und hier wird auch gefragt ob man sie jetzt schon mit einem wörterbuch basierten angriff knacken möchte das werden wir an der stelle verneinen und dann sehen wir hier zwei einträge einmal ein benutzer webmin mit einem password hash der mit b7 8a anfängt und zum anderen ein benutzer guest mit einem password hash der 0 8 4 e beginnt als dieser benutzer guest haben wir uns ja bereits über das webinterface eingeloggt wir schauen uns jetzt mal an wie es mit dem benutzer webmin aussieht und dazu versuchen wir mal zu schauen ob wir zu diesem passwort hash das entsprechende klartext passwort ermitteln können wir kopieren diesen hash hier in die zwischenablage und versuchen einfach mal eine google suche mit diesem hash und siehe da die ersten ergebnisse führen uns direkt auf eine webseite die sich scheinbar mit dem brechen von hashes beschäftigt und hier erkennen wir dass also der klartext wert webmin 1980 wohl zu dem entsprechenden passwort hash passt mit dem md5 verfahren das heißt wir probieren jetzt einfach mal ob das passwort webmin 1980 tatsächlich das passwort ist was uns hier weiterhilft das probieren wir aber nicht gegen open document das da sind wir uns ja relativ sicher dass das funktionieren müsste sondern wir versuchen mal ob es einen system benutzer gibt der dieselben credentials benutzt das heißt wir versuchen jetzt mal per ssh wir haben ja gesehen es läuft auch ein ssh demon mit dem benutzernamen webmin auf dieses zielsystem zuzugreifen unter verwendung des passworts webmin 1980 und siehe da das klappt wir haben uns jetzt erfolgreich als der benutzer webmin hier auf dem zielsystem eingeloggt wenn man an diese stelle gelangt dann hat man jetzt dieselben berechtigung die dieser benutzer webmin eben auch hat man könnte jetzt also mal versuchen herauszufinden welche dateien hier lesbar welche dateien möglicherweise modifizierbar sind aber ein typischer schritt den man bei angriffen in der praxis auch beobachtet und den wir jetzt hier auch mal nachvollziehen wollen besteht eben darin dass man jetzt versucht super user rechte zu bekommen das heißt im klartext wir wollen an dieser stelle root werden dazu versuchen wir noch mal ein bisschen herauszufinden was für ein system wir sind wir haben in der willkommensnachricht schon gesehen es handelt sich wohl um ein ubuntu 14 0 4 4 lts möglicherweise mit einem linux kernel der version 3 13 also 3.13 das können wir jetzt hier nochmal versuchen zu bestätigen also auch uname sagt es wäre wohl kernel version 3 13 0 und auch an der stelle versuchen wir einfach mal wieder herauszufinden ob exploit datenbanken uns da weiterhelfen können ich gebe jetzt einfach mal ubuntu 3 13 als suchbegriff hier ein und genau jetzt sehen wir hier wieder ein paar zur auswahl ich schaue mir mal hier diesen ersten an genau das ein exploit mit dem man wohl die etc shadow datei abgreifen kann oder ja abgreifen kann und wir nehmen jetzt mal diesen zweiten match hier und gucken uns das mal an also hier genau hier sehen wir als information es handelt sich wohl um c code ja diesen c code können wir kopieren und können dann mal versuchen das auf dem ziel system entsprechend zu kompilieren dazu öffnen wir den c quellcode kopieren das ganze in die zwischenablage gehen hier auf unser ziel system legen eine datei an kopieren hier das was wir eben in die zwischenablage kopiert haben in diese datei jetzt wird das ganze hier kompiliert und jetzt versuchen wir diesen exploit auszuführen wir landen wieder auf der command shell und genau jetzt können wir mal schauen ob das ganze geklappt hat das sieht gut aus also who am i sagt jetzt dass man hier an der stelle eben gut sei und die sagt eben wir hätten die user id 0 also die user id des super users das heißt in dem moment haben wir es geschafft jetzt hier zu werden also wir haben super user rechte auf dem system und jetzt können wir im prinzip mit diesem system alles machen was wir möchten mehr schon mehr 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 Vielen Dank.